Slayer Ja, kann man sich schon mal angucken und ist vielleicht mal ein bisschen abwechslung im vergleich zu mit 4 oder normalem reach gameplay, sonst was und ja, ich war nie der beste energy spieler aber ich glaube ich werde heute wenn ich mich ein bisschen reinhängen würde ich auch schon ein bisschen besser spielen als damals aber gut Ist okay das game, so so viel dazu und ich habe gesagt es geht heute um ein halo thema und zwar geht es um halo 2 anniversary ja Ja, freunde halo 2 anniversary die gerüchteküche brodelt ja förmlich möchte man meinen viel erwarten dass es dieses jahr kommt Weil es sinn machen würde, weil einfach zehn jahre vergangen sind seit dem release von halo 2 Das ist so die erste verbindung die sich da viele zimmern finde ich auch macht sinn erwarte ich eigentlich auch dann hat microsoft oder 343 wer auch immer in ihrem teaser den sie auf day 3 gezeigt haben zu halo 5 Beziehungsweise zu halo allgemein auf der xbox one ja gesagt die reise beginnt 2014 aber wie es momentan aussieht soll halo 5 ja wohl erst 2015 kommen Was soll da anderes kommen als halo 2 anniversary Und dann gibt es immer wieder so komische hints wie zum beispiel ein tweet von der stimme des master chiefs ähm vom lieben ähm downs heißt er glaub ich genau ja ich vergesse den namen immer wieder genau und der tweet lautete I think you're ahead of yourself on halo 5 I've read some things online that you can look forward to halo 2 anniversary edition To a halo 2 anniversary edition maybe this year But I have no official information One way or the other So, und nachdem er das dann gedriddert hatte Einen tag später hieß es dann wieder Ah, ich bin mir doch nicht mehr so sicher und bla bla Und überhaupt Weil er da wohl was ein bisschen was ausgeplappert hatte Was er wohl doch nicht hätte sagen sollen Und da gibt es auch noch so tweets Ähm, vom Ähm, irgendjemand von Microsoft Von Phil Spencer Ähm, genau Dem Kopf der Microsoft Studios Der da gedridert hat Never get tired of questions on what's coming Just can always answer as we need news at events Halo 2 is a good game Punkt, Punkt, Punkt Hm, ja, äh, naja, ne Und das sind dann immer so tweets Wo man sich denkt, ja, ist schon sehr wahrscheinlich Dass, äh, halo 2 anniversary doch kommt Und ich möchte mich jetzt gar nicht damit beschäftigen Ob es kommt oder ob es nicht kommt Ich gehe davon aus, dass es kommt Natürlich kann ich es nicht sagen Aber ich bin mir da schon irgendwie relativ sicher momentan Ähm, wenn ich dieses Jahr was eigentlich am logischsten Und am wahrscheinlichsten ist Dann, äh, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr Ich gehe ganz ehrlich davon aus, dass sie es auf der E3 ankündigen Und dass es dann nochmal was zu Halo 5 gibt Aber auch Halo 2 anniversary angekündigt wird und gezeigt wird und so Hey, es kommt und wird fesch und so Ich möchte mich jetzt mehr damit beschäftigen Was, äh, denn dann in Halo 2 Anniversary enthalten sein wird Wird es mehr so ein Game wie Halo 1 Anniversary Also quasi ein Remake mit aufgewutschter Grafik und die Kampagne Und dann zum gerade aktuellen Halo Titel nochmal ein paar Multiplayer-Maps als Mappack geremaked Oder wird es mehr so ein wirklich, äh, ein richtig krasses Remake mit natürlich verbesserter Grafik Aber auch ein bisschen, äh, angepasstem, ja was, ne, Gameplay will ich jetzt nicht sagen Das Gameplay muss natürlich, äh, schon erhalten bleiben Alles so ein bisschen smoother, so ein bisschen mehr angepasst auf die heutige Zeit 1080p, natürlich alles Und, 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 und Und, äh, ja, natürlich auch den Multiplayer Was ich klasse fände, weil, ähm, ja, ne, Halo 2 ist ja für viele alte Dossene Halo-Fans immer noch der beste Halo Multiplayer Und ich habe ihn ja nie online großartig gespielt, aber immer mal wieder, äh, Systemlink oder Splitscreen, ja Und das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht Deswegen, hm, ja, ich würde mich da schon sehr drüber freuen Weil da wüsste man dann auch ungefähr, was man kriegt, ja, wenn sie den wirklich, äh, im Kern so belassen, wie er denn damals war Halt nur ein bisschen, äh, modern anpassen und so Mit Matchmaking und vielleicht dedizierten Servern und so, dann wäre das natürlich schon Fash Und Custom Lobbies und das weiß ich nicht alles, das wäre schon ganz cool Die Frage ist halt nur, machen sie das? Ähm, ich würde es mir natürlich wünschen Allerdings schwebt mir da die ganze Zeit so ein Gedanke im Kopf, wo ich mir da nicht so recht sicher bin, ob sie es denn letzten Endes machen Denn wenn sie jetzt, ähm, Halo 2 Anniversary rausbringen und ganz cool und super fesch Und dann natürlich auch mit Multiplayer, dann ist die Frage, wer spielt da noch Halo 4? Wahrscheinlich nicht mehr so viele, ja, also wir spielen ja jetzt schon nicht mehr so viele, und dann werden es noch weniger sein, dann werden sich wahrscheinlich viele, viele auf Halo 2 stützen Aber dann könnten natürlich auch viele der altgesottenen Halo-Fans mal wieder zurückkehren und dann werden die Spieler der Zahlen vielleicht dementsprechend auch wieder etwas höher Ähm, könnte man jetzt vermuten Und die Frage ist jetzt aber, äh, wie sieht das da mit Halo 5 aus? Wenn Halo 5 die Leute abfuckt, äh, dann werden sie sagen, hey, wir haben doch noch Halo 2 Anniversary, spielen wir das doch einfach Und, äh, dann wird Halo 5 vielleicht auch wieder relativ schnell, ähm, ja, ziemlich leergefegt sein Was, also im Multiplayer Ist die Frage Das ist so das Ding, worüber ich jetzt so ein bisschen nachdenke und mich dann frage, machen sie das? Und natürlich wäre es noch auch, äh, einiges an Arbeit, muss man ja sagen Die Maps alle zu remaken und neue Grafik drauf zu packen und vielleicht nochmal zu gucken mit den Waffen und wie machen wir das und überhaupt Ähm, ja, und natürlich dedizierte Server und all so ein Spürkest, das zu unterhalten, ist natürlich auch jetzt nicht einfach so mal eben gemacht Deswegen, da müsste man dann schon ein paar Mal drüber nachdenken Also ich würde mich natürlich sehr drüber freuen und, äh, ja, weiß aber nicht Genau, soviel zum Multiplayer von Halo 2 Anniversary, der, ja, wenn er kommt, wäre sehr, sehr nice Ähm, weil dann könnte man das alles nochmal so ein bisschen auferleben lassen und überhaupt Und dann würde alles, denke ich mal, ja ein bisschen nach oben gehen, keine Ahnung Was aber auch noch natürlich eine Sache ist, natürlich die Kampagne Was einige vielleicht nicht unbedingt wissen, ist ja, dass, ähm, Halo 2 damals von Bungie relativ schnell rausgehauen wurde Und das Ende in der Kampagne gar nicht so gedacht war am Anfang, wie es denn letzten Ends geworden ist Und das Halo, äh, Teile von Halo 3 und auch ein paar Level, die es nie in eines der Spiele geschafft haben Eigentlich noch hätten in Halo 2 drin sein sollen Und, ähm, jetzt ist die Frage, würde 3for3 sich die Arbeit machen, das ist ein Gedanke, den ich von Halo 5 Follow habe Würde 3for3 sich die Gedanke, äh, die Arbeit machen und Level, die es nie in Halo 2 geschafft haben Und auch nicht in Halo 3, äh, nochmal da reinzupacken, ja Und das alles nochmal ein bisschen, äh, ja, quasi überhaupt aufzuarbeiten Weil da sind wohl nur Concept Parts und ein paar untexturierte, ähm, Animationen und so dabei Weiß man nicht, würden sie die Cutszenes und all den Spürkes dann nochmal neu machen und reinpacken Und dann letztendlich eine, ja, mehr als nur ein Remake machen Sondern quasi eine krasse Remastered Super Edition mit, äh, Zusatzinhalten und so weiter und so fort Würden sie das machen und dann ins normale Spiel reinpacken Würden sie es überhaupt machen, würden sie es machen Und dann das als Zusatzinhalt quasi anbieten, den man sich kaufen kann, wenn man es denn unbedingt haben möchte Man weiß es nicht Also ich fände es schon cool, wenn sie es überhaupt machen, selbst wenn sie dafür nochmal ein bisschen Geld verlangen Ähm, fände ich aber auf jeden Fall so oder so schon fresh Aber natürlich wäre es am besten, wenn sie es einfach mit ins Spiel packen Ist die Frage Das war nochmal so ein Gedanke, wo ich mich gefragt habe, hey, wäre natürlich schon cool, wenn das so drin wäre Und, ähm, ja, genau, dass das alles nochmal ein bisschen smoother läuft und so Ähm, und 4-Spieler-Koop statt nur 2-Spieler-Koop wie in Halo 1 Anniversary Das wäre schon alles ziemlich fesch Würde ich auf jeden Fall sehr loben Und das wäre natürlich geiler und würde Halo 2 Anniversary dann zu einem richtigen Standalone-Spiel machen Und nicht so wie, äh, Halo 1 Anniversary, was dann noch mit Reach kombiniert wurde im Multiplayer und so Ich meine, die Anniversary-Listen in Reach, die haben ja auch sehr viel Spaß gemacht, aber geiler wäre es natürlich schon gewesen Einen richtigen Multiplayer gehabt zu haben, ähm, der nochmal einige Maps mehr bietet und generell ein anderes Gefühl und so weiter und so fort Wäre natürlich cool gewesen, ne, aber vielleicht kriegen wir es mit Halo 2 Anniversary, weiß man nicht Genau, das waren jetzt so meine Spekulationen, Vermutungen, ähm, wirklich viel Genaues weiß man natürlich noch nicht Ich meine, es ist ja auch nur, in Anführungsstrichen, wenn dann halt ein Remake und kein komplettes neues Spiel, wie Halo 5 es dann sein wird Da bin ich auch mal gespannt und überhaupt, was es zu Halo of the E3 so zu sehen gibt Ich glaube, vorher werden wir da nicht wirklich viel, ähm, bekommen, sind ja jetzt in Anführungsstrichen auch nur noch vier Monate Ähm, und dann geht das auch wieder schon los, ne, da ist E3, Gamescom und dann wird er wieder rausgeballert und dann ist auch Ehe man sich's versieht, schon der November da und dann wird man das nächste Halo wahrscheinlich bei sich zu Hause im Regal stehen haben Ähm, aber mal schauen Genau, ich bin gespannt und wir werden's jetzt einfach abwarten müssen Okay, das zweite Gameplay hier, Halo 4, Abandon, bisschen Infinity Slayer mal wieder, ähm, geht noch eine Weile und hier ging's Hologramm Boah, so im Lift, ne, da konnte ich das jetzt sehr nicht differenzieren, ob das ein Hologramm war oder nicht Aber gut, naja So, ansonsten ist ja in letzter Zeit, ähm, sonst, wie gesagt, nicht so viel los in Halo, das übliche, bla bla Und, ähm, ja, ich hab da aber auch gar nicht mehr so die Hoffnung und das Verlangen, äh, und die Erwartung, dass da irgendwie großartig sich jetzt nochmal was ändert Und es wieder so wird wie früher in den guten alten Zeiten, die von manchen ja auch ein bisschen zu sehr, äh, da ins goldene Licht gerückt werden Weil auch früher gab's Probleme, Leute, ne, vergesst das mal nicht Ähm, früher war einfach alles neu und deswegen was spannender Und, ja, klar, pauschal gesehen, die Spiele waren, äh, schon besser, aber, also was die Shooter angeht, Shooter sind ja in letzter Zeit so ein bisschen Ähm, ne, und so, ihr wisst, ne, langsam geworden Und, ja, auch unbalanced, aber ich find auch, das ist mir jetzt an der Titanfall Beta nochmal ein bisschen aufgefallen Leute, einfach mal ein geiles Gameplay wieder zu haben, was schnell ist, was fast pasted ist, was einfach, ah Das gab's in den letzten Jahren auch kaum Und wenn ich jetzt hier Battlefield 4 oder so spiele, ähm, dann denk ich mir so, hm Äh, da war Halo 4, äh, in der Hinsicht noch ein ganz gutes Beispiel, weil's auch eigentlich relativ schnell war, mal wieder Bisschen schneller als, äh, Reach zum Beispiel Und deswegen war das eigentlich gar nicht so schlecht, aber gut So, jetzt hab ich hier meinen Running Riot und jetzt gilt es noch ein paar Punkte zu machen und dann geht's auch schon weiter Hier wird der Shooter noch ein bisschen derzeit Nahkampf-Action am Stizzle Und, ja, ist, ist schon krass, muss man sagen Aber gut, dieses ganze Gelaber, so, ja, Shooter, ausgelutscht, bla 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 Ich mein, ich kann auch noch, ähm, spielen wie Battlefield 4, wie ich eben erwähnte, nochmal einen Spaß abgewinnen, aber halt nicht so krass Guck mal ein Ründchen, ja, und das war's dann aber auch, ne Oh, ich seh grad, ich spiel ja noch mit dem Evergreen Oh, das war ja auch schon ewig her Na, hat er sich erstens umbenannt und zweitens, äh, ist er jetzt PC-Spieler geworden, ganz eklig sowas Ne, Spaß, aber PC, hallo, Konsole, for the win und so Leute, da ist alles gesammelt und cool und fresh und connected und überhaupt Naja, gut, ähm, das war's zu Halo 2 Anniversary Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare Und ansonsten sage ich es, hoffe es hat euch gefallen, zu Halo 2 Anniversary immer ein bisschen was zu hören Und das war's von mir, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschaußen Das war's von mir, haut rein, bis zum nächsten Mal, wir sind Und dann, als nächstes Mal, bis zum nächsten Mal, wir sind